Hallo und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Gasförmig. Hat ein Gas eine Form? Du kennst bereits Stoffe und ihre Aggregatzustände. Fest, flüssig und gasförmig. Nachher kannst du Beispiele für Gasmodelle und Gase nennen. Du kannst etwas über die Form der Gase sagen und du kannst das mit dem Teilchenmodell erklären. Der Film besteht aus 5 Abschnitten. 1. Luft als Gas 2. Gasmodelle 3. Echte Gase 4. Der Luftballon 5. Gase und das Teilchenmodell 1. Luft als Gas Ohne Luft können wir nicht leben. Luft umgibt uns überall in großer Menge. Luft ist ein Stoffgemisch. Es handelt sich hier um ein Gas. Aber wo sind hier die Grenzen? Da Luft allgegenwärtig ist, können wir sie nicht bestimmen. Luft ist farblos und somit für uns unsichtbar. Daher haben wir Probleme, die Frage zu beantworten, ob Luft eine Form hat. 2. Gasmodelle Es gibt einige Gasmodelle, mit deren Hilfe man die Luft sozusagen sichtbar machen kann. Eines davon sind die Wolken. Offensichtlich haben sie keine Form. Zumindest sind sie unregelmäßig geformt. Wir wissen natürlich, dass Wolken kein reines Gas sind. Aber als Gasmodell sind sie gut geeignet. Oder nehmen wir den Nebel. Wo sind hier die Grenzen? Der Nebel ist kein gutes Gasmodell. Besser sieht es mit dem Rauch aus, der diesem Trak entweicht. Und er hat tatsächlich keine Form. Zumindest aber ist er unregelmäßig geformt. Es ist ein Gasmodell, denn es handelt sich um kein reines Gas. Aber als Modell liefert der Rauch die Information, die wir für ein Gas brauchen. Er ist ein gutes Modell. Andere Modelle, die wir weniger häufig zu Gesicht bekommen, sind Wasserdampf über der Erde und Vulkankrater. Auch hier treffen wir keine Form an. Es handelt sich hier wieder um keine reinen Gase. Denn es sind letztlich Gasmodelle. Aber unsere Fragestellung nach der Form der Gase wurde beantwortet. Insofern sind diese Gasmodelle gute Modelle. Ich möchte euch zwei Beispiele vorstellen. Der Raumforschung ist es gelungen, Wasserstoff im All zu fotografieren und sichtbar zu machen. Aber auch auf der Erde können wir echte Gase beobachten. Ein schönes Beispiel dafür ist das chemische Element Chlor. Es ist nämlich grün. Und so können wir feststellen, wo seine Grenzen sind. Für beide Gase gilt wieder. Sie besitzen keine ausgeprägte Form. Damit haben wir die nötige Information für Gase erhalten. 4. Der Luftballon Auch wenn wir die Luft nicht sehen, so können wir sie untersuchen. Ohne Luft sehen Luftballons so aus. Sie sind formlos. Mit Luft hingegen haben sie eine bestimmte Form. Ja, was ist denn nun richtig? Ein einfaches, bekanntes Experiment soll uns helfen. Wir nehmen uns einen Luftballon. Er wird aufgepustet, nicht so stark. Und mit den Händen können wir die Form des Ballons ganz leicht verändern. Und damit ist klar, Luft hat keine Form. Wir verallgemeinern. Gase haben keine Form. 5. Gase und das Teilchenmodell Nach dem Teilchenmodell sehen Gase etwa so aus. So ist das schön. Der Teilchenabstand ist sehr groß. Die Kräfte zwischen den Teilchen sind sehr gering. Daher haben Gase kein festes Volumen. Und wenn kein festes Volumen vorhanden ist, dann gibt es auch keine Form. Oder was das gleiche ist, das Gas kann unbegrenzt viele Formen annehmen. Das ist wie bei einer Amöbe. Man nennt sie auch Wechseltierchen, weil sie viele, viele Formen annimmt. Das war's schon wieder für heute. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss.